Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Omzi 2. Wir stehen heute auf der Karte Neustadt und wir fahren die Linie 6 vom Karl-Rach-Sportpark zum Bahnhof Neustadt und das machen wir mit dem hier schon stehenden Line City Ü. Und wir steigen mal direkt ein, weil draußen ist laut und es geht auch eigentlich sofort los. So und wie man wahrscheinlich schon hören kann, ist das neue Mikrofon endlich da. Das hört sich doch um einiges besser an als das alte, beziehungsweise das Mikrofon am Headset. Ich freue mich da auch nur ein ganz kleines bisschen drüber, dass das jetzt endlich mal was geworden ist. Und ja, ETS dauert noch ein bisschen, bis das mit dem neuen Mikrofon kommt. Da habe ich noch ein bisschen was aufgezeichnet und TTT, da müsst ihr auch noch ein bisschen auf das neue Mikrofon warten. Aber Omzi kommt ab jetzt immer mit dem neuen, weil da ist auch nichts verproduziert oder so. Deshalb können wir das direkt mal machen. So, Linie 6, Route 1. Ne, Route 2. Route 2 ist schon eher richtig. Genau, einmal Entwerter bitte. Dann, ähm, können wir auch eigentlich schon fahren. Auch wenn hier irgendwas ein bisschen Lacks verursacht. Ich könnte ja gerade mal ganz so nebenbei in die Log-File schauen. Hm, ne, eigentlich nur Warning-Einträge. Was willst du? Du willst wahrscheinlich die hier, ne? Richtig. War das falsch? War das falsch? War das falsch? Ja, ne. Eine Kurzstrecke bitte. Ne, kann ich nicht. So, du willst eine Kurzstrecke. Das können wir einrichten. Kurzstrecke. Danke schön. Bitte. Sie möchte nichts. Naja, dann halt nicht. Fahr mal los. Es war irgendwie komisch, dass das so laggt heute. Nächste Haltestelle. Hamburger Straße. So, genau. Das ist richtig. Wir müssen jetzt erstmal einmal wenden. Da oben Pudding rum. Und dann geht's quasi zurück wieder an der Haltestelle vorbei. In Richtung Hamburger Straße. So, ja, hoppala. Dass das Shepard war klar. Aber da machst du halt nix. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie das jetzt so mit dem Sound ist. Also, ähm. Ich kann das Mikrofon durchaus noch was anders ausrichten. Das macht sehr viel am Sound aus, tatsächlich. Schreibt am besten mal einfach so, wie das so ist. Ob das so passt. Oder ob man da irgendwie mal was ändern könnte. Ähm. Ich hab zum Beispiel festgestellt, es ist, äh. Ziemlich viel Bass drin. Also, ich hab schon mal eine Testaufnahme gemacht. Äh. Da war ich, äh. Etwas sehr. Mit etwas sehr tiefer Stimme zu hören. Ähm. Weiß jetzt nicht, wie das hier ist. Das muss ich mir dann nachher anhören. So, irgendwie schaltet der Gute ein bisschen komisch. Aber naja. Machst du nix. Weiß auch gar nicht, wie schnell ich hier eigentlich fahren darf. Beschleunige einfach mal auf 40 hoch. So, kommt da wer? Ne, da kommt niemand. Dann, äh. Geben wir doch einmal ordentlich Feuer, damit da... Oh. Da kommt wohl jemand. Ja. Danke. Mehr oder weniger. Er hätte auch ein bisschen früher warten können. Dann hätte ich nicht über den Bordstein fahren müssen. Aber, naja. Man kann halt nicht alles haben. So. Da kommt niemand. Oh. Da kommt doch jemand. Naja. Pech. Boah. Ich saß schon eine Weile länger nicht mehr in dem Bus. Ich kann ihn gar nicht mehr so richtig einschätzen irgendwie. So, hier mal reingucken. Nicht, dass da noch einer rausgeschossen kommt. Das macht die OMSI-KI ja mal ganz gerne. So. Da haben wir die Leute reinlassen. Schon plus 1,5. Mein Gott. Was ist denn hier mit dem Fahrplan los? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Hallöchen. Hallo. So. Gucken und fahren. So, kommt dann auch nochmal die Ansage oder so? Ach, danke. Nächste Haltestelle, Sachzeller Damm. Sachzeller, ach, da vorne ist das schon. Ich hatte die Haltestelle jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist schon eine Weile her, dass ich die Linie 6 zuletzt gefahren bin. Aber da möchte jemand mit. Ja, Tag auch. So, einmal rechts rum. Möglichst ohne Bordstein. Oder irgendwas anderes. So ein Schild oder so. Die halten nämlich was mehr aus. Wäre nicht so gut, die mitzunehmen. So, dann einmal nach links. Bisschen aufpassen, so kommen wir da. Ah. Ah. Ihr seid Assis. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier komm, du kannst rausfahren, aber der Rest wartet. So, ein bisschen weiter vor, damit der mir da nicht gleich ins Heck heizt. Genau. Hat ganz gut geklappt. Guten Tag, Manfred. Guten Tag. Guten Tag. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke, die kannst du gerne kriegen. Ähm. Ne, war das die falsche? Ist ja jetzt nicht ganz richtig. Ja, Mensch. Ist ja nicht ganz richtig. Danke. Ja. Ja, mal schade. Bitte. So, komm. Mach dicht. Danke. So, und da vorne fahren wir dann Richtung Polizeipräsidium. Da fährt ja auch die, äh, 801 lang. Polizeiministerium. Und Ministerium, ja. Mensch. Naja, machst du nix. War ja knapp. So, bei dem war ja wohl rot, oder nicht? Oder die Ampel schaltet einfach ein bisschen zu knapp. Das kann auch sein. So, was machst du jetzt? Okay. So, du willst da reinfahren. So, was fährt denn da vorne? Ich denke mal, es wird die 801 sein. Ja, ist die 801. Sehr schön. So, Tür wieder zu. Zu mir will sonst keiner. Das ist, äh, auch nicht schlecht. Ach, doch. Schön. Guten Tag. Kommen wir von sonst wo her, oder was? Guten Tag. Guten Tag. Sag mal, ist hier auf einmal im Nest, oder wie? Ja, was willst du denn von mir kommen? Hat er mir einen Zehner gegeben, kann das? Hier, wo ist eine andere Fahrkarte. Hat der, hab ich den schon wieder normalen gegeben? Mensch. Ja, jetzt. So, 1,40. Äh, wie viel hat die mir gegeben? Keine Ahnung. Sie hat angestellt. Ups. Ja. Ich kann das heute mal wieder. So. Vor den blauen Benz fahre ich. Hoppala. Nächste Haltestelle. Gänziger Chaussee. So. Der Kollege kommt irgendwie nicht ganz aus dem Knick. Was ist denn da los? Ah doch, jetzt. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt fahre ich schon vorbei. Ui, da ist eine Haltestelle. So. Da sollten wir vielleicht anhalten. Ui, das war knapp. So, einmal raus mit euch. Dann, äh, kommen wir auch direkt weiter. Drei Minuten schon. Aber fahre ich doch gar nicht so langsam, oder nicht? So, und wir dürfen dann, glaube ich, bin schon ewig nicht mehr gefahren auf der 6. Aber wir dürfen doch rechts rum. Stimmt, wir fahren ja, ah, okay. Stimmt, wir fahren jetzt durch und dann am Moserweg geht's rechts rum. Und dann dürfen wir Richtung Nordzweige wieder zum Bahnhof zurück. Ich erinnere mich. Und da vorne rechts rum fahren dann die, äh, fährt dann die 801. Stimmt, so war das. Ne, Quatsch. Doch? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Irgendwas fährt da auf jeden Fall lang. So, und ich hoffe... Hä? Hä? Jetzt habe ich mich doch vertan. Ach, das ist die Straße. Warum fährt hier auch eine 6? Ja, Mist. Äh, wussten wir aber ein Problem. Äh. Naja. Dann wenden wir halt mal. Ist ja jetzt nicht das Problem. Ähm. Ja. Du bist ein Volltrottel? Halt die Fresse, Manfred. Ich habe den eingetauscht. Erzähle ich dir jede Folge. Merkst du dir nie. Unmöglich, der Typ. Dem muss man alles dreimal sagen. So, wie wäre es, wenn du dich da mal vom Acker machst, damit ich da rumkomme? Genau, sehr schön, denn wir haben es ja jetzt ein bisschen eilig. Vier Minuten Verspätung, das kann er nicht. Ach, Hilfe. Und der Hydrolüfter geht schon wieder an. Ja gut, das war jetzt ein bisschen weit. Etwas sehr optimistisch an die Haltestelle rangefahren. Da hatte ich aber letztens auch so einen Fahrer, der einfach meinte, mit 60, nee, mit 50 in die Halte, in die Haltebruch zu fahren. Ja, der, äh, hat erstmal ganz ordentlich gebremst und ist dann am Ende doch wieder rausgefahren. Das ist natürlich immer total gut. Ähm. Ja, war auch total angenehm. Nächste Haltestelle. Mosavik. So, da möchte schon wieder jemand raus. Stimmt, wir kommen ja hier am Betriebshof auch noch vorbei. Fahren jetzt zum Bahnhof für die Linie 5. Die kommt da von rechts. Aber der Hydrolüfter geht mir schon wieder tierisch auf die Nerven. Aber der ist in der Realität auch so penetrant. Zum Kotzen das Ding. So, ja toll. Komm, gib Gas. Ist frei. So, dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Steht schon wieder einer. Uiuiui. Das war knapp. Ja, ich wollte natürlich nur mal ABS testen, ob das noch funktioniert. Ist ja logisch. So, jetzt wäre irgendwie mal grün ganz schön. Ja, guck, funktioniert. Ist ja super. Das hat schon mal irgendwo geklappt in letzter Zeit. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, wo das war. Aber es hat schon funktioniert. So, ach nee. Ihr steht da nur so rum. Ihr kommt nicht von sonst wo angelaufen. Ist auch ganz gut so. Sonst würde das hier wieder Jahre dauern. So, was steht da links? Ja, keine Ahnung. Irgendein Solaris halt. Habe ich nicht genau gesehen, welche Linie. Huch, was macht ein BVG Solaris da? Was soll denn der Quatsch? Sind doch eigentlich genug Fahrzeuge eingetragen. So, dann einmal gerade schnell hier rüber, wenn da mal so eine kleine Lücke ist. Und den Kollegen einholen, der komischerweise auch mitfährt. Warum auch immer. So. So. Einmal raus mit euch. Wenn es geht, ein bisschen zügig. Und dann fahre ich jetzt einfach mal dem da hinterher, in der Hoffnung, dass er zum Pausenplatz fährt. Ja komm, mach dicht jetzt. Das dauert ja ewig. So, ist das da richtig, wo der da hinfährt? Das ist die 2. Ach komm, ich stelle mir einfach hinter den da, hinter den O407. Das passt schon. Nächster halb Nordzweige ist übrigens gelogen. Können wir das vielleicht gerade nochmal umschildern, damit ich da ein Bild für machen kann? Danke. So. Einmal Tür auf, damit es hier nicht so... Damit hier ein bisschen frische Luft reinkommt. Und damit war es das auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Beim Let's Play OMSI 2. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis dahin, macht's. Bis dahin,reuse. Bis dahin. Dann wir vergessen. huh bisschen.